Wir haben hier einmal Karotten, dann haben wir Paprika, Radieschen und einen Apfel. Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem A-S-M-R-Channel. Heute mit dem allerersten Food-ASMR-Video auf meinem Kanal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefällt und ob ihr mehr davon sehen möchtet. Ja, ich nehme das Ganze aus dieser Perspektive auf, weil ich sonst auch gar nicht weiß, wie ich das aktuell machen soll. Wegen meiner Greenscreen-Maske. Aber ich wollte halt irgendwie trotzdem versuchen, meinen Greenscreen hier einzubinden. Deswegen haben wir heute sozusagen noch meine Magic Hände mit dabei. Ja, und genau, dann habe ich hier so einen kleinen, ich sag mal, gesunden Snack vorbereitet. Wir haben hier einmal Karotten, dann haben wir Paprika, Radieschen und einen Apfel. Wie gesagt, schreibt mir auch gerne mal, ob ihr irgendeines dieser Sachen hier gar nicht essen könnt und ja, gar nicht schmeckt. Oder ob ihr das liebt, könnt ihr auch gerne schreiben. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Video. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Viel Spaß aika, nicht mehr! Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Das war's für heute. Vielen Dank. Es ist so schön, es ist so schön, es ist so schön. Es ist so schön. Es ist sehr schön. Es ist so schön. Ich habe den Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran. Okay. Das ist sehr schön. Ich liebe es, ich liebe es. Das war's für heute. Es ist ein bisschen zu liebem, es ist ein bisschen zu liebem. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Es ist so schön. Ich habe das Schmutz-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack. Es ist sehr schön. Wir haben keine Angst, das hier ist natürlich kein Schimmel oder so, was hier so ein bisschen komisch aussieht. Das ist wegen dem Greenscreen-Filter, sieht das in der Kamera ein bisschen komisch aus. Aber das ist alles natürlich gut. Was ist der leist, das ist das Schimmel, aber ich habe etwas sehr gut gemacht. Töne Ja Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video.